Seim Fotografen Karls, guten Abend. Können Sie diesen Film entwickeln? Ich möchte von jedem Negativ eine Kopie. Fotograf, noch etwas anderes, mein Herr Karls. Ja, ich möchte einen Schwarz-Weiß-Film und einen Farbfilm. Können Sie den Schwarz-Weiß-Film in meine Kamera einsetzen, Fotograf? Ja, natürlich eine Dame tritt ein, Fotograf. Entschuldigen Sie mich einen Augenblick, mein Herr. Dame, ich möchte mich fotografieren lassen. Fotograf, welche Bildgröße wünschen Sie, Dame? 4x6, bitte Ausweisgröße Fotograf. Können Sie ein wenig warten, Dame? Selbstverständlich. Karls nimmt aus seiner Tasche verschiedene negative Karls. Ich möchte eine Vergrößerung von jedem Negativ. Wann werden Sie bereit sein, Fotograf? In zwei Tagen. Karls. Das ist fein. Ich möchte dieses Bild vergrößern lassen. Fotograf. Was für ein schönes Bild. Wo haben Sie dieses interessante Bild fotografiert, Karls? In Chile. Haben Sie Blitzlicht-Birnenfotograf? Jawohl. Zwölf Stück in einer Schachtel kosten 10 Mark. Karls. Ich werde sie an einem anderen Tag kaufen. Auf Wiedersehen. Ich werde sie an einem anderen Tag machen. Auf Wiedersehen. für eine Schachtel kosten. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020